UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Gut. Hier, Sir. Bei mir ist es eigentlich gut. Ich möchte es noch gegen Altsschmerzen, wenn Sie es wirklich brauchen. Zur letzten Frage. Die Vision von Schwammendingen, vielleicht 10-20 Jahre, wohin soll sich das Quartier entwickeln? Wie sieht es aus? Zürich Nord entwickelt sich sehr stark und Schwammendingen ist natürlich ein Teil von Zürich Nord. Und insbesondere durch die Haltstelle Stettbach von der S-Bahn hat sich dort auch eine wirtschaftliche Dynamik ergeben, die Schwammendingen beeinflussen. Schwammendingen rutscht tendenziell eher nach Osten. Das glaube ich, das muss man so sehen. Dort im Osten steht ein wichtiger Kern. Wir haben in der Bau- und Sonnenordnung dem auch Rechnung getragen, indem wir dort eine leichte Verdichtung zugelassen haben, um dem zu entsprechen. Ich bin überzeugt, Schwammendingen kann seine Qualitäten als Wohnbereich halten, muss sie noch weiter ausbauen. Wir haben zum Teil zu viele Wohnungen in einem zu tiefen Standard und dann gibt es natürlich die entsprechende demografische Entwicklung. Da wird man einiges machen müssen, ohne das Schöne von dieser Gartenstadt zu zerstören. Schwammendingen wird nicht das Arbeitszentrum werden von der Stadt, sondern wird eher ein Wohnbereich bleiben. Wir wollen Sorge tragen, dass das gut bleibt und wieder besser wird mit der Einhausung, mit dem Kampf gegen den Südanflug und auch mit einem ganz gezielten guten Investment in die Verbesserung der Wohnsubstanz. Für Tele Schwammendingen das der größte Lokalfernseher in Zürich vom Stadtpräsidenten. Alles Gute! Wasser, der flamst versuchte! Ich miliere! Beide! Fertig! Schmutz! Schmutz! Bis zum nächsten Mal.